alle gegen mich das ist aber voll gemein dann ist noch mal eine schöne wir haben jetzt eine eigene modus erstellt und reingepackt ich kann gleich mal zeigen was da alles drin ist einfach viele sachen dass man nur noch wenig sachen hat und bei anderen wochen haben wir sie halt dass die zeitverzöckert reinkommen und so was alles jetzt wie heißt er den dort gehauen hat martin roter king roter king martin ruther king also ich habe auch laden so gesehen ja den haben wir da oben gut an landen wu-tang lahn lord of the king und haus lannister ok lannister vielleicht wachser hast du noch daraus bekommen hat sich beim wachser etwas geändert wieder die heißen immer noch patrick alle du bist so gemäne ich habe übrigens auch ein paar neue namen jungs bald ist ostern ja bald ist ostern das glaube ich nicht ich wollte glauben dass wir ihn wollen glaube ich erst wenn ich will die brille recht ja die habe ich jetzt gerade diese runde erst sein davor hatte ich eine andere ich auch ane ach so ich dachte es wäre eine dritte werde ich wollte zu weit raus weiß noch nicht was ich mit dem wurm hier machen das ist mit diesen komischen fisch das ist eins dieser beweglichen objekte die kisten echt alle bei trudel guck mal die nächste kiste steht auch schon wieder da oben bei ihm kann ich denn da kann ich ah ok ich verstehe ähm da ein solo wu-tang lahn alter Tolo wo kommst du auf seinen namen tut mir leid Bugs oder hast du einen bekommen kann ich alle zwei ich glaube ich war gerade sagen dann müsste es doch einen zweiten haben wir haben jetzt nur ein baseballschläger das war zum beispiel eine der neuen sachen dass man nur ein baseballschläger nur noch hat damit sowas nicht passiert genau das ist voll unfair die armen würmer da oben drin im box wird der weiß gar nicht mehr was er jetzt tun soll hier der ist jetzt so verzweifelt dass er hier eine mine bei dir plantet und einfach wieder weg kommt wie steht eigentlich der wind nur Das war doch ein Spiel, ja. Hm. Ey Trudel, du wirst gerade ein bisschen favoritisiert von diesem Spiel, oder? Vielleicht. Ich krieg immer nur Arschtritte von diesem Spiel. Dafür triffst du vergangen gut mit dem Bazookas und so weiter, ja. Das ist einfach nur so ein bisschen so Handicap mäßig von dem Spiel für dich gedacht. Pass mir doch ein Handicap. Ach, auf mich drauf. Brudel? Ja? Ich bin sie weg. Guck mal, du hast ne Kiste. You're dead, you hear me? Ich bin sie trotzdem weg. Ich bin Wootenglen. Da wartest du. Spaß Jungs. Jetzt auch erstmal die Kiste nehmen können. Mh. Denn jetzt kriegt Rudel die gleich. Ne, du kannst sie noch kriegen. Mh. 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 Jetzt kommt meine Parcours-Kills hier wieder raus, ey. Mh. 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 ist ja ich weiß ich bin dabei 15 das wird an ich bin einfach zu langsam in diesem spiel ja ich muss den anti schubsen in anti schubs law und schützen mehr kein schubsen das klappt sich auf jeden fall damit jede runde hat auf fünf schaden gewicht er ist bei 65 ich krieg nur kacke aus den kisten da hat es ein fisch zu fest ist denn das date is over spring dich durch die mittleren dicks ich glaube ich bin der erste der noch einen wohl auf den anderen als weil ich im wasser stand wenn du wasser stehst kriegst du weniger schaden ja ich bin tot ich bin der einzige ja ich würde sagen ich habe richtig probleme das ding aus ist glaube ich kannst du fallen kann ich bitte einmal irgendwas ich habe für nach und fernkampf super geile waffen aber nichts was zwischen mir unten und oben irgendwas entscheiden könnte scheiße das habe ich total vergessen aber der maulwurf hat ziemlich unbestimmte zeit wie er sich gräbt bei niemandem eins hat man überlebt was bitte ist das oh nein alles aus den kisten wird die sachen die ich gerne hätte er aus den kisten bekommen die hat man glaube ich stand doch echt mag wieso habe ich das denn übersehen ich bin so eine vollfreude die runde gerade andere andere warum stehst du genau über dem ich zeig dir jetzt warum ich hier stehe das ist mein letzter wurm oder wird falsch umnehmen so falsch umnehmen können wieder leben ich weiß aber ich dachte nicht dass sie noch so weit in die luft pfeffere das ding war ja weg und ich bin ja übel zweit noch weggeflogen plötzlich ja gut das war richtig dumm das wollte ich es nicht ist nicht mal eine runde gerade diese runde er hat irgendwo eine andere bombe noch oder hat man jetzt schon den esel weiß ich nicht alles auch haben ja man hat den esel das ding so gut wieder getroffen da kann ich nichts das ist das äh du kannst auch grad die muschel auswählen die bachse konnte auswählen das war meine eigene schuld ich hätte nicht zudem noch unten hingehen weil ich hätte einfach da oben bleiben sondern das jetpack ausmachen wollen das war einfach nicht meine runde diese runde da sagst du was ach komm ich glaube das ist nicht durch auch mal du kannst ja mal jetzt ist ein trick da lege gemacht oh komm du kannst du durchgehen ne geht nicht durch hm knapp Millimeter ja ja ich muss vielleicht doch überlegen ob wir die kisten doch ein bisschen weniger spawnen lassen weil die spawnen halt ganz schön ich glaube es wird immer definitiv jede runde nein das ist heftig du hast also eigentlich soll es bei dem 25 prozent chance haben das ist das boh vielleicht das eine bestimmte kiste das hohe und hm 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 man muss sich halt irgendwie durchbauen bei 100 einlebseln sie entholt die kisten hinter dir recht hast du mal was blut ja stimmt ich weiß noch nicht mal was damit konnte ich das die busche auswählen ich kann sie das verschieben okay also muss ich auf jeden fall noch die zeit erhöhen bis der kommt du hast jetzt auch ein boogie biene da musst du vorsichtig sind beim zielen wackelt der von alleine also muss ein bisschen gegen ziehen das sieht lustig aus lol hängt er gerade noch auf in der lüft ich will ich will einfach ich will ich kenne aus den alten bruch hoch und beim fünften maße komplett dass der so ruhig rast das wusste ich jetzt nicht und jetzt dagegen los komm gegen den esel ooooh das geht es mir fast weg gewesen aha aha könnte ich mir noch was lustiges kaufen sonst alter amagellon kostet 150 wie gesagt amagellon ist übel ich glaube zufällige meteoriten und oder amagellon ist ja hier mit hast du denn meteoriten stehen ne auch es wird auch nicht auch nein nein die ecke nicht sind oh der kommt noch der kommt noch Jungs der kommt noch nein nein oh Das hat gelangt mit der Mutti. Der hat sich durchprügelt, alter. Und wenn du jetzt Esel musst du auch nerven. Das ist ja übel, alter. Ja, ist die Frage, ob wir den Esel überhaupt zum Beispiel drinnen lassen, weil... Du kannst ja nur maximal neun Runden, ne? Ja. Man kann ja trotzdem durch Waffenkiste kriegen, richtig? Ja. Ich glaub schon, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, das war diese Runde, Wurms. Mit einem schnellen Tod von mir. Und einem Eselkampf von Wachs und... Der hat Glück. Weil du fliehst ja so übelst weit weg und dann geht der wieder zurück. Mich hätte echt mal interessiert, wenn du das UFO auf die Muschel gemacht hättest, was passiert wäre. Wenn die nämlich auch explodiert, wäre die alleine ja schon gelangt, um Wachse wegzuhauen. Weil die Muschel hat ja dafür gesorgt, dass Wachse da runtergefallen ist. Ja. Die hat die 1.000 Teile zu sprungen und hat die weggedrückt. Genau. Hm. Also der Fisch macht zumindest schon mal Gift. Ja. Und die Muschel sprengt sich irgendwie. Die Muschel sprengt sich und kann sozusagen sich weghauen. Schon mal gut zu wissen. Ja, der Fisch wurde ja quasi auch gesprengt, wo er kaputt ging. Ja. Gut. Dann gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Ja. Wenn es heißt, wir spielen ohne Wurm. Ja. 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 Ja.